Unsere Welt ist im Wandel. Wir singen nicht auf den Bühnen der Clubs, wir singen in unseren Wohnzimmern. Denn eines hat sich nicht geändert. Musik macht uns glücklich. Doch so wichtig Musik für uns alle ist, so sehr leiden die Künstler unter der aktuellen Situation. Singer und Songwriter sind ohne Perspektive. Bands können nicht proben. Viele Projekte sind ohne Ziel. Und die Menschen dahinter in ihrer Existenz bedroht. Heute setzen wir ein Zeichen. Denn seit jeher lautet unser Motto It's all about the music. Denn ohne Musik wird es leise. Mit unserer Aktion JBL Back to Stage starten wir eine neue Plattform für Musiker in Deutschland. Ob Solokünstler oder Band, Newcomerin oder etablierter Act, Rocker oder Rapper. Wir geben euch die Bühne zurück und unterstützen euch mit Gagen und Equipment. Gleichzeitig laden wir alle Musikfans ein, die Aktion zu teilen, zu kommentieren und zu unterstützen. Lasst uns gemeinsam aufdrehen. It's all about the music. Jetzt mitmachen. JBL Back to Stage. JBL Back to Stage.